Willkommen zurück zu Let's Play Pirates of the Caribbean, das Videospiel. Lego Pirates of the Caribbean, das Videospiel. So, zwei Charaktere laufen hier gerade lang. Und der eine, der kommt jetzt her, der ist jetzt schon... Du, nein, wo ist der? Wo? Wo? Bitte sei irgendwo unter Wasser. Ach, das ist... Der ist schon wieder weg. Ich hatte schon so viele Chancen, ihn zu kaufen. Was hast du denn gegen den Hund? Schon so viele Chancen, ihn zu kaufen, aber nie genutzt. Und jetzt, äh... Obwohl ich ihn kaufen will... Kommt er nicht mehr. Naja, dann machen wir halt weiter mit dem nächsten Level. Ein Hauch von Schicksal. Ein Hauch von Schicksal. Blackbeard. Aber es fehlen ja auch noch einige andere Charaktere. Äh, äh, äh. Einige andere Charaktere. Achso, ich kann mich schon bewegen. So, du wirst denn einmal zu ihm hier. Super. Toll. Fall, halt ins Wasser. Daneben. Wir brauchen das ja gar nicht suchen. Fällt mir gerade ein. Aber mal gucken, äh... Achso, ja. Das war das. Das. Dort... Ist dort vorne irgendwo? Du. Bist dort vorne irgendwo? Du. Bist dort vorne irgendwo? Okay, dann gehen wir mal weiter. Und dann sprengen wir das hier mal kurz. Ah. Minikid. Also, von mir aus können sie die... Können sie... Ja, von mir aus können sie sich den Affen gerne greifen. Und mit in die Tiefe ziehen. Habe ich kein Problem mit. Nehmt ihn euch mit. Der Ball ist immer noch in die Richtung. Der Ball... Äh, die... Das auch. Und... Diese Maske auch. Dann... Bin ich doch mal zu nett und befreie den Affen. Und weiter kommen wir noch nicht. Und Fackel. Schade, dass es keinen Charakter gibt, der... Dauerhaft seine Fackel dabei hat. Oder der brennt. Toll. Und jetzt nicht runterfallen. Damals habe ich es besser... Habe ich das besser geschafft. Und... Warum hat er jetzt nur so einen kurzen Sprung gemacht? Ach nein. Nein. Ja, vielleicht... Ja, gut. Vielleicht macht er das besser als Jack Sparrow. Ja, da war schon wieder so ein kurzer Sprung. So, geschafft. Gerade so. Ach so, stimmt. Ja, muss ja auch noch repariert werden. Wer kann das denn? Er hier. Nein. 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 Er hier. Repariert. Und fahr ins Wasser. Super. Dieser... Dieser Affe hier. Ich wirf den gleich über Bord. So, dann mal nachgucken. Nein. Hier ist auch... Okay, wir gehen mal lieber hier oben hin. Das ist dort vorne irgendwo. Das ist dort vorne irgendwo. Und das ist hier hinten irgendwo. Ja, hier. Hab sie. Okay, das ist groß. Und das hat jetzt jeder auf. Aber wenn ich zum Hund wechsle, dann fällt es runter. Das wollte ich nicht. Na egal, dann behalten wir das. Ach so, stimmt. Der muss einfach runtergelassen werden. So, und... Der hat ein Schwert. Der hat ein Schwert. Und weg mit dem Affen. Hau ab. Schön. Jetzt wirft er wieder. Aber das ist mir egal. So, suchen. Vermutlich dort links oder dort vorne. Dann das Teil. Das ist hier vorne irgendwo. Hier oben irgendwo. Ja, deinen blöden Ball kriegst du aber später. Und das einmal hier drauf. Und weg mit dem Affen. So, dann Ball. Okay, noch weiter. Dann machen wir das hier einmal. Nummer eins. Und Nummer zwei. Und der Ball. Immer noch weiter. Ah, hier ist er. Da muss auch noch ausgegraben werden. Und so viel Aufwand für diesen kleinen Ball. So. Und wir sind auch gleich schon wieder da. Warum ist dieser Ball so groß? Ja, nimm. Und gib mir das Minikit. So, jetzt geh ich dich dort vorne vergraben, wo ich den Ball her hab. Weg mit dir. Wie spawnt der? Nö, der ist tot. Ja, gut. Ja, da stirbt man drin. Selbst die, komischerweise. So, und hier wird durch. Okay, das alles wird dort oben irgendwo sein. Aua. Okay, ich hab doch einen, der hat... Der Fisch war aber gerade links. Ja, okay. Das ist dort vorne irgendwo. So, ich hab doch aber einen, der Dauerbomben dabei hat. Bin ich jetzt aber gerade auf der Schneider nicht finde. Deswegen hier. So, hier ist der. Der Spanier. Ja. Au revoir. Ja, nimm mal. Ich komme, wo bleibst du. Und warum kann man ihnen hier eigentlich keinen Schaden machen? Das frage ich mich auch. So, nimm. Daneben. Daneben. Also der erste Wurf eben ging daneben. Der zweite ist in der Luft explodiert. Und da sehe ich doch, was für Blackbeard. Dann machen wir das mal. Und bauen. Was ist das? Eine Uhr. Achso. Stimmt. Ach, Minikit. Aber nicht das, was ich suche. Also, weil es ist natürlich schön, da auch einen Minikit zu bekommen, aber... Oh, sieben von zehn. Da gab es noch einen Fisch, der wird dann hier vorne sein. Nein, tatsächlich nicht. Dann ist er in der Mitte der Insel. Ach, weg mit dem Fisch hier. Ach, jetzt... Na gut, dann bringe ich den hier kurz nach oben. So. Ein Fisch. Jetzt ist er doch hier vorne. Irgendwas wurde noch hier nach links angezeigt. Nö, scheinbar doch nicht. Aber dort unten im Wasser, dort ist ja noch ein Minikit. Wie komme ich da ran? Aha, okay. Hier oben ist der Fisch. Oh, da unten. Kann man irgendwas mit Bomben treffen. Ja. Aber keine Ahnung, was man da trifft. Oder was dort überhaupt anvisiert wird. Au. Aber irgendwie bringt es aber auch nichts. Ich will mal hier... Ihn hier aus. Wie schwimmt der da? Okay. Werde Ahnung. Und jetzt kann ich irgendwie geschafft, da zu schwimmen. Danke. Oh ja, die kann man sogar noch zerstören. Keine Ahnung, was man da machen muss. Vielleicht weitergehen und dann taucht da schon was auf. Oder wir werfen da einfach mal alles rein. Nicht nur Bomben. Vielleicht mit dem Fisch. Hier. Nein, nicht die Bomben. Hier. Nein, gut. Das bringt alles nichts. Gut, dann... Gehen wir weiter. Dann gucken wir an. Deswegen nochmal. Ah. Ja, mit dem kann ich doch füttern. Vielleicht hat er ja auch mit irgendeinem Minikit zu tun. Ja, hat er. Aber nicht mit dem richtigen. Na ja, immerhin überhaupt eins. So, wenn der andere jetzt auch mal kommen würde. Ach, wie kann man so dumm sein. Dann... Dann... Hier lang. Und dann das hier. Und dann Jack Sparrow. Wo bist du hier? Der Dreizack fehlt noch. Dann haben wir immerhin die ganzen Sachen hier gefunden. Hier vorne. So, immerhin das haben wir. Das Minikit da links. Das werden... Dann werden wir halt... Das wieder so machen. Jetzt geht er hoch. Dass wir einfach dort in dem nächsten Part starten werden. Dann machen wir jetzt erstmal hier die Tür auf. Und dann gucken wir mal, dass wir dort vorne irgendwie hinkommen. So. Hier war ja auch ein Minikit. Das haben wir aber, glaube ich. Zwei Minikets fehlen noch. Dann wird eines oben sein. Dann wird ein Minikit oben sein. Hoffe ich mal. Ja, hier. Blackbeard. Neun von zehn. Wir werden denn jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen. Und... Irgendwas ausprobieren. Irgendwas muss man da doch machen können. Vielleicht hätte mal ich da den Affen reinwerfen sollen. Oder vielleicht mit dem Dreizack hier. Ja. Oder das Spiel stürzt ganz einfach ab. So geht es natürlich auch. So, also. Spiele... Äh... Ja. Gut. Und ich weiß jetzt, wie man das Minikit hier bekommt. Und zwar, wenn er dort vorne einmal kurz auftaucht. Dann keine Bomben reinwerfen. Sondern... Irgendwas anderes. Dreimal. Und dann wird er satt. Und... Ja. Dann... Haben wir jetzt auch das Minikit. Und dann... Gibt es jetzt nochmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bei... Äh... Ähm... Ja, wenn... Wie ich das Level vervollständigt habe. Bis gleich. Das Level ist geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist jetzt das Ende. Alle Sachen gefunden. Und die letzten sieben Minikits. Was? 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 Daydadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada 50. Goldene Steine. Hä, okay. Ähm... Gut. Aber hier beende ich dann jetzt erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020